Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich schon super, super lange freue. Ich habe heute ein ganz besonderes Video mit euch vor, denn ich habe vor kurzem bei Wish bestellt und wir werden heute Make-up von Wish testen. Ich habe nämlich ein Produkt gefunden, wo wir alle denken, hm, nachdem ich das aber geswatcht habe, dachte ich mir, hm. Hm, unter anderem haben wir eine Foundation, wir haben Wimpern und wir haben alles für die Base. Ich bin super gespannt auf dieses Video und freue mich auch, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit Wish entsteht. Falls ihr Wish nicht kennt, bei Wish könnt ihr kostenbewusst Produkte über euer Smartphone einfach kaufen. Ich packe euch mal einen Link unten mit in die Infobox. Ihr habt sicher alle schon von Wish gehört. Wish gibt es hunderte Videos auf YouTube und das macht super viel Spaß. Auch mir hat das ganze Spaß gemacht, mich da so durchzufuchsen und dann zu sehen, okay, wie günstig ist das? Und dann kann man da so ein bisschen schauen, was man sich da aussuchen. Ich habe mir wirklich ein paar Sachen ausgesucht, weil ich weiß, manchmal ist man vielleicht immer so ein bisschen skeptisch, aber wir werden heute mit den Make-up-Mythen aufräumen und ich freue mich ganz doll. Falls ihr neu seid und noch nie was von mir gehört habt, ich bin Maxim, ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Und falls ihr hier neu seid oder es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal jetzt einmal abonniert. Das kostet euch nichts und mir bedeutet es die Welt. Ihr seht, ich bin da, ich freue mich. Ich zeige euch erstmal, was ich gekauft habe. Erstmal eine, nee, das eine wartet bis zum Ende, denn da seht ihr mich in einer Version, in der ihr mich wahrscheinlich nie wiedersehen werdet. Ich habe auf jeden Fall aber eine Foundation gekauft und die sieht so aus. Das ist die Water Feeling One Spring Foundation und die ist richtig cool. Man kann das hier so aufdrehen und dann ist hier drin wie so eine Cushion Foundation. Sieht richtig cool aus und das kommt dann hier so raus und fühlt sich richtig, richtig gut an. Passend dazu gab es hier in so einem kleinen süßen Säckchen, also sehr gut verpackt die Sachen, also auch nicht billig verpackt, so ein Make-up-Sponge-Applikator und da geben wir jetzt einfach mal rein. Schaut mal wie cool, da kommt dann so ein Stempel von einer Blume. Okay, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen Produkt hier auf die Hand rausgeholt. Farblich ist es natürlich wieder ein bisschen hell, ist aber nicht so schlimm, denn das ist eine gute Sache bei koreanischen, asiatischen Make-up-Brands. Falls ihr eine sehr, sehr helle Haut habt, findet ihr dort auf jeden Fall immer was. Das Ding könntet ihr sogar nass machen. Ich mache es jetzt einfach mal so, wie es ist und stemple mir die Foundation hier komplett ins Gesicht. Das Schöne bei asiatischen Make-up-Brands ist und Butterfeeling One Spring ist eine, glaube ich, koreanische Beauty-Marke. Die sind sehr auf Glow, die sind sehr natürlich, also genau das, was ich im Moment mag. Ihr wisst, ich mache ja oft so Korean-Make-up-Hauls oder so und teste dann ein paar Produkte und die Foundations sind immer wirklich gut. Ihr findet auf Wish viele, viele verschiedene Produkte. Da muss man sich immer so ein bisschen durchklicken, aber ihr seht, glaube ich, schon sofort, die Deckkraft ist gar nicht schlecht. Ich nehme jetzt mal meinen eigenen Beauty-Schwamm. Ich finde, damit geht es immer so ein bisschen besser als mit so einem Stempel-Ding und arbeite mir die Foundation ein. Ihr könnt mir gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, falls ihr schon Erfahrungen mit Wish-Make-up gemacht habt. Ich muss sagen, ich habe früher, bevor ich mit YouTube angefangen habe, als ich mich so für Make-up interessiert habe, es gibt auf Wish so eine Concealer-Contouring-Cream-Produkt-Palette und ich habe mir das immer da bestellt, weil ich damals kein Geld für Drogerie-Make-up hatte. Und manchmal hat man dann nur, manchmal hat man dann vielleicht ein, zwei Euro bezahlt oder so und dann hat man die Palette bekommen. Und sie war okay. Mittlerweile hat sich das Make-up-Game aber auch auf Wish ein bisschen geändert und man findet wirklich coole Sachen da. Viele Lippenprodukte gab es dort. Es gibt viel für die Augen, viele Base-Produkte. Aber ich muss sagen, die Foundation sieht ultra, ultra schön aus. Das hätte ich nicht gedacht. Schaut euch das mal an, dieser leichte, zarte Glow. Uh, we stand. Okay, also First Impression von der Foundation. Farblich ging es sogar. Also so hell fand ich es jetzt gar nicht. Und ich habe auch nicht die dunkelste Farbe gekauft gehabt. Ich wusste es nämlich nicht so genau. Und es ist ein schönes Finish. Muss ich sagen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir machen aber mal weiter. Ich mache schnell ein bisschen Concealer drauf. Und dann kommen wir zu dem coolsten Produkt überhaupt. Erinnert ihr euch noch? Früher gab es so riesengroße Koffer. So Make-up-Koffer. Und ich habe mir so einen gekauft. Und ich habe ihn gestern geswatcht. Ich war eher so ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich ihn geswatcht und dachte so. Oh girl. Okay. Der Koffer hat unter 15 Euro gekostet. Und ich muss es euch zeigen. Ich muss es euch zeigen. Ihr habt hier erstmal so Füße, die ihr so ausklappen könnt. Und dann klappt man das auf. Dann haben wir einen Spiegel. Und 250, 150 Lidschatten. Schau dir das bitte an. Wie cool ist das denn? Wir haben viele kühle Töne. Wir haben warme Töne. Wir haben bunte Töne. Wir haben hier sogar was für die Augenbrauen. Wir haben Puder. Und wir haben Blush. Ich werde das jetzt vor mir aufbauen. Und dann schminken wir uns damit. Wir sind bei sowas ja alle immer so ein bisschen skeptisch. Ich ehrlich gesagt auch. Aber mittlerweile müssen sich die Make-up Marken ja so ein bisschen weiterentwickelt haben. Deswegen nehme ich mir jetzt einen Puderpinsel. Und gehe in die beiden Puder Töne hier drin. Und sette damit mein Make-up. Schaut mal. Geht gut. Gehe hier so ein bisschen an den Augen lang. Da wo es eventuell ein bisschen creasen könnte vom Concealer. Und ganz leicht darüber, wo ich gleich Blush auftragen werde. Wir machen die Augenbrauen. Da freue ich mich besonders drauf. Hier sind nämlich unten so. Könnten ja auch Lidschatten sein. Ne, wir nehmen Lidschatten. Ich weiß es nicht. Ich swatch euch mal kurz die Farben. Da sind halt wirklich viele Farben drin. Und ich mische mir jetzt einfach mal so ein bisschen. Das ist aufregend. Ich liebe sowas. Das macht so viel Spaß. Einfach sich so ein bisschen auszuprobieren. Pigmented. Wie lustig. Geht es hier nochmal so ein bisschen durch. Ja, voll gut, oder? Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, wie diese Palette performen wird. Seid ihr auch so skeptisch gewesen wie ich am Anfang, oder? Wollen wir Blush auftragen? Da sind nämlich zwei Farben drin. Ich kann euch das jetzt nicht zeigen. Ich habe euch ja eben die Palette gezeigt. Wir nehmen mal die ein bisschen wärmerer. Gehe ein bisschen hier rauf. Ich bin gerade so ein bisschen schockt, dass es so krass funktioniert. Also, wow. Ein bisschen auf die Nase. Auf die Stirn. Einen Bronzer haben wir nicht. Das ist schade. Aber es ist nicht so schlimm, weil wir wirklich in diesen Natural Vibe gehen. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach nochmal ein bisschen, was ich von mir habe. Da sind bestimmt 150 Lidschatten drin. Ich glaube, da ist für jeden was mit dabei. Ich hole euch ein Stückchen heran und dann machen wir was auf die Augen. So sieht die Base einmal von Nahem aus. Der Concealer versagt, wie immer, wenn ich ihn nicht mit Baking Powder sette. Das ist der Tarte Shape Tape. Also, der ist jetzt nicht hier. Ich nehme jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen Puder und gehe hier unten lang. Base gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Das ist halt wieder, das ist genau das, was ich im Moment meine. Dieses Natural Make-up. Recht wenig Deckkraft. Natürliche Farben. Ich nehme mir einen fluffigen Pinsel und starte mit einer roten Transition Shade. Der Pinsel sieht gut voll aus. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz rüber. Ganz leicht setten. Und dann den Pinsel. Okay, jetzt bin ich gespannt, Freunde. Maxim Giacomo 2012 is shaking. Hätte ich gewusst, dass es irgendwann mal wirklich so große Paletten gibt. Ich liebe es. Und ich habe halt hier extrem viele Farben. Um das auszublenden gleich. Ich nehme jetzt mal einen helleren Ton. Gehe damit hier oben rüber zum Ausblenden am selben Pinsel. Was soll man sagen, ne? Ist halt drauf. Übrigens, Miss Rose ist auch eine Legit Make-up Brand aus Asien. Also die gibt es dort wirklich. Und es ist auch eine sehr bekannte Marke dort. Deswegen bin ich da jetzt gar nicht so überrascht, dass die Sachen wirklich gut funktionieren. Ich bin halt immer ehrlich gesagt nur so ein bisschen skeptisch bei diesen Riesendingern. Da habe ich mir gedacht, okay, für 15 Euro, hm. Hm. Ich nehme jetzt einen kleineren Pinsel und verdunke mich hier so ein bisschen die Crease. Die ist jetzt nicht ganz... Nein, doch. Und bauen wir die Farbe hier so ein bisschen auf. Die ist nicht ganz so krass pigmentiert. Deswegen gehe ich jetzt nochmal in ein anderes Braun und mische das so ein bisschen rein. Aber es geht halt auch, ne? Also die hat zum Beispiel fast gar kein Kickback, die Farbe. Das Rot hatte ein bisschen Kickback. Aber... Freunde, bei 15 Euro. Und das Set kam extrem schnell an. Das hat nicht lange gedauert. Und dann nehme ich den Pinsel von eben nochmal und gehe hier jetzt nochmal rüber und blende dieses Braun richtig schön soft aus. Das wird heute ein sehr auffälliger Look. Aber ich möchte, dass wir wissen, wie dieses verhältnismäßig günstige Make-up aussieht. Und offensichtlich sieht es gar nicht schlecht aus. Ich gehe jetzt nochmal mit ein bisschen Schwarz hier außen hin. Und das ist richtig schwarz. Mhm. Und dann den Pinsel von eben wieder und ausblenden. Krasse Sache. Ich nehme jetzt mal meinen Finger und wir benutzen Schimmerton. Und zwar haben wir hier so ein paar rote Schimmertöne. Sehr cremig. Das ist halt nur noch... Die sieht man jetzt nicht so gut, die Farbe. Ich mische ein bisschen helleres rein. Ich überlege gerade, womit man das vergleichen kann. Aber es ist halt schwierig, das zu vergleichen, weil es ja funktioniert. Ich nehme jetzt mal einen flachen Pinsel und gehe hier in einen hellen, goldenen Ton rein. Und setze mir den hier vorne so ein bisschen als Cut-Crease hin. Und da gibt es ja auch extrem viele von. Das macht halt auch Spaß, ne? Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schock. Also das hat ziemlich, ziemlich schnell und einfach geklappt. Und das ist ein aussagekräftiger Look. Also das ist jetzt nicht hier so ein bisschen Kikifax, ne? Gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen mit dem Schwarz rüber und verdunkel das Rot hier so ein bisschen. Weil ich finde, dass das Rot noch zu doll ist für diesen Look. Hättet ihr damit gerechnet? Für die Lippen habe ich nichts. Deswegen mache ich einmal auf Kamera meine Lippen. Und dann testen wir die größten, die längsten und die dicksten Lashes überhaupt. Welche Wimpern wollen wir denn benutzen? Ich glaube, wir nehmen... Kommt, wir nehmen mal wirklich die hier. Freunde, wie krass sind bitte diese Lashes? Ging extrem gut rauf. Der Kleber, den ich gerade benutzt habe, der hält halt nicht. Das ist hier der Lash-Loo von Essence gewesen. Und der hat jetzt nicht so gut gehalten, weil die sind natürlich groß. Aber was sagt ihr? Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schock. Eine Sache habe ich noch für euch. Nehmt es mit Humor. Es sah so cool aus. Ich muss das kaufen. Ich sehe ein bisschen aus wie eine TikTokerin. Ja, nee. Aber es sieht gar... Der Schnitt ist jetzt vielleicht nicht meins. Aber qualitativ ist sie gar nicht schlecht. Also da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich hatte sie mir eigentlich nur so als Gag gekauft. Aber sie sieht halt echt ziemlich gut aus. Ich glaube, wenn man sie so ein bisschen stylen würde, könnte ich mir das echt gut vorstellen. Ist halt echt nicht meine Frisur, ne? Aber es hat so viel Spaß gemacht, Freunde. Ich muss sagen, das Make-up sieht richtig, richtig gut aus. Für das, was ich bezahlt habe, die Base, der Blush, die Lidschatten, die Wimpern sind super. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich setze euch mal einen Link unten mit rein. Schaut gerne da bei Wish vorbei. Man kann echt alles kaufen. Wirklich alles, alles, alles kaufen. Klickt euch da mal ein bisschen durch. Ich setze euch einen Link unten mit rein. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns Freitag wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.